we made a choice hi und willkommen mein name ist dann die rp und ich begrüße euch zurück zuletzt bei hong kreis da aber ich würde mal gucken meine kameras da sind ja sind sie und ja wir sind hier in wie ist das noch mal dieser ort hier das mal gucken ich sehe das voll laut bei mir wo sie wo steht auch ketten der kerker kerker der ketten und mein gott ketten der kerker in der letzten folge sind wir ja hier in der letzten folge ist ausgebrochen mit der hilfe von mock talk die namen von diesem ganzen zeug hier ist sowas von lustig und ja wir sind hier genau wir sind ja eingesperrt im kerker mit mit tanja da ist jemand aber habe ich sogar nur getroffen man erwarte genau wir sind hier eingesperrt mit mit tanja wir haben hier man sollte ich brauche gar nicht kämpfen ist das zeitverschwendung außerdem kriegt kein erfahrungsmutter ich meine ich krieg erfahrungsmutter meine charakter sind schon maximum deswegen warum bin ich jetzt schon wieder hier aber so bin ich hier also da hat sich geändert weil ich gerade bin ich hier hier bin wo muss ich hin ich musste doch genau da muss ich genau genau hier sind wir ja wir sind hier im kerker eingesperrt wurde jetzt ausgebrochen julie ist vielleicht ich meine ist definitiv tot aber lebt jetzt innerhalb von so einem in so einen kleinen gibt es jetzt einfach nicht man haben bock gegen euch zu kämpfen geht weg leute also was hier wollte mir auf den nerven gehen da machen wir mal so ich sitze mal kurz zu ein klein team das noch erfahrungspunkte sammeln kann dann mal was folgendermaßen jedenfalls für die paar gegner hier wir sind hier eingesperrt mit tanja und julie ist gerade auch noch in form eines vorgels hier unterwegs wo du bist tot du bist auch tot ja wir kommen noch mehr gegner jetzt die ganze zeit das mache ich sie nämlich hier alle platt okay ich hätte einfach nur an die vorbeirense best girl team auf der games kommen habe ich mir schlüssel langen ja von den vier mädels ja wohl hier die best girls von dem spiel zum an die lieblingscharaktere alle alle quanten charaktere bei quanten bestes element da sind auch die die mails mit denen ich immer die ganzen offscreen grind sachen die erledigen wir sind stark genug für alles und ja das schon wieder ein gegner so aber bringt mir aktiv zu aktivieren irgendwann ja das kann man nach oben wenn okay dann müssen wir glaube ich nicht hin dabei egal ja wo der ist dieser komische wolfs boss hier von diesen und diesen wie heißen die nummer ich nehme borsalinos hier ich weiß die heißen nicht so war klingt irgendwie lustiger sowie sowie kizarro aus one piece aber sind sogar so heißen glaube ich nur diese dieser wölfe ja die haben ihn wieder erweckt der eine kollege hier der der pinkhaarige fuchs typ ist ich vergessen was man hier drehen kann wurde gefangen genommen vielleicht aber auch nicht ich glaube mich hat der gefangen genommen ist der spiel irgendwie so mit euch kann nur drei ok da muss ich wie mache ich das dann da ich muss mal kurz eine sekunde überlegen hier muss ich dann auf jeden fall machen warte so muss man nicht und ja wir sind jetzt hier mit tanja unterwegs die wollen ja wir wollen hier nach oben gehen wir wollen ja glaube ich wieder ausbrechen ist was wir hier gerade machen oder ich glaube hat müsst ihr die letzte quest sein für für diesen akt in den aktien also nicht wirklich ein akt aber das ist so weil nicht ich glaube soweit geht die story im momenten hier bist du sind ja hier spitzen spitzen durch unter dem blau teil 1 ich glaube danach geht erstmal nicht mal weiter ich glaube wir sind irgendwie in der letzten quest hier von sei weil es hier irgendwann trepp die nach unten geht ich habe gedacht hier wäre irgendjemand dann ich bin mal gespannt wie es hier weitergeht scheint hier so ein bisschen zuzuspitzen im drama naja was hier nur sei es kommt wo muss ich hin da muss ich hinten bei diesem wolf typen wir haben aber wahrscheinlich nicht mehr kämpfen oder konfrontieren oder so vielleicht konfrontieren aber nicht mehr kämpfen wir haben glaube ich alle gegner erkundet was übersetzt sozusagen bedeutet es kommt kein neuer boss das kommt keine neuen gegner und so ne das ist irgendwie ausschlaggebend dafür dass hier eigentlich nichts mehr neues kommt aber gucken wir mal das ist das hier so muss es auch irgendwie bei uns hier dieser schlott typ wo ich erst gedacht habe der wäre dieser eine typ gewesen der hinter den anderen pinkerigen fuchs typen war glaube ich immer ehrlich gesagt immer noch nicht aber der war bestimmt dieser eine wolf der eine hat sich bestimmt absichtlich gefangen gefangen ließen lassen oder so und irgendwie eine falle zu stellen oder so wenn ich eins von honkai star will und genshin impact gelernt habe dann hat jeder charakter immer irgendwie voll die big brain muss hat also nichts ist immer irgendwie so wie es scheint jede jede aktion die man sich irgendwie so denkt so nein jetzt bin ich wieder ganz da unten jetzt war wenn sich zu denken zu haben diese besonderheit hat bestimmt gemacht weil die irgendwie fehler gemacht hat jede person ist immer voll big brain und hat irgendwie war ja nicht tut hinter den kulissen immer ich meine ich war mir weiter wir hatten in honkai star will die ganze zeit abgelaufen ist mehr auf pinocodene galaga irgendwie keine ahnung am ende von von einer version irgendwie sagt irgendwie so dass ich werde irgendwie der bösewicht gewesen aber dann stellt sich heraus der ist eigentlich volle gute Spiele machen hat irgendwie dauert irgendwie soweit nicht Da wollte ich irgendwie die art und weise nicht so doll finden wir die irgendwie Ich kenne kein anderes Ich erkenne ich kenne keine anderen spiele die irgendwie so kompliziert irgendwie eine story erzählen und zur gleichen zeit so schlecht irgendwie eine story jetzt war keine ahnung In genshin ist hier ist das eigentlich gesagt noch ein bisschen okay aber ich habe noch nie irgendwie spiele gesehen die irgendwie so so viel dialoge haben und so viel unnötig komplexe dialoge haben wie andere spiele sind irgendwie viel leicht zu verdauen was irgendwie da abgeht und was wie die charaktere miteinander reden und so ich habe so gefühl wie die leute die schreiber von den ganzen stories in diesen spielen sind irgendwie ein bisschen zu sehr Irgendwie darauf zu versetzen so wir müssen irgendwie war ich eine kulturelle story oder so schreiben ich komme manchmal gar nicht irgendwie mit was hier manchmal passiert in dem spiel wenn ich ganz ehrlich bin weit irgendwie auf so eine merkwürdige weise geschrieben ist ich weiß nicht ob daran liegt weil hat hier chinesische spiele sind also spiel die ein spiel in china entwickelt worden sind ob die irgendwie eine andere art und weise haben irgendwie spiel zu programmieren oder irgendwie sowas oder geschichten zu schreiben und weiß ich aber es ist irgendwie so sehr viel schwieriger zu verdauen und irgendwie sich so da hinein zu versetzen und irgendwie zu kapieren was überhaupt passiert manchmal Oder es ist einfach nur zu viel dialog das könnte auch sein ich kann mich halt nicht so gut konzentrieren wenn irgendwie stundenlang nur dialoge sind wenn ich ganz ehrlich bin ich für mich da wie in der schule irgendwie ich habe ich habe noch nie lehrer gemacht irgendwie weiß ich die war für dich stundenlang nur die während der gesamten unterrichtszeit nur vorne an der tafel stehen und die ganze zeit reden ich muss zwischendurch irgendwie was eine aufgabe haben irgendwas zum schreiben oder was ich Sonst wird mir zu langweilig ich bin immer eingeschlafen wenn ich irgendwie so lehrer wenn ich so lehrer hat die irgendwie nur die ganze zeit an der tafel standen Und die ganze zeit nur beschrieben haben und geredet haben Und ich hin nicht zwischendurch mal irgendwie eine aufgabe gegeben haben so aber macht man kurz diese aufgabe lässt euch mal konstatiert durch oder so Aber irgendwie eine stunde oder zwei die ganze zeit nur zu hören muss dann wird irgendwie verschläflich und genauso Genau daran erinnert mich das auch hier immer in genschen impact und von geister Er hat ja auch manchmal stundenlang dialoge in gentschen im weg ist ja noch schlimmer als ja stundenlange dialoge Neboin somero war das schlimmsten durch da war erst mal als ich mir irgendwie so gedacht habe weil ich will ich will ja jedes mal mindestens ein akt erledigen den gentschen im pack und Also ich in somero diesen komischen sap 0 festival datei genommen habe hier diese eine stelle wo die ganze zeit alles gelobt wurde also was in diesem zeit loop Eingefangen haben und so ne Da war am allerschlimmsten weil er nicht nur hat sie die ganze zeit da irgendwie cut scenes Sondern du hast immer wieder wiederholte cut scenes weil weil die charaktere in den zeit loop gefangen worden sind und Ich will immer ein akt spielen was meistens immer so drei vier stunden sind Also eine ganze haupt mission aber da habe ich zum allerersten mal mehr so gedacht so bei euch ich habe keine lust mehr Da ist mir einfach viel zu viel und da ist auch wirklich nur text gewesen da war nichts anderes 4 aber ich glaube da war vier fünf stunden irgendwie nur text Und ich habe da echt gesessen und habe mir gedacht so bei ich halte das nicht raus ich glaube ich werde zum ersten mal Ich werde zum ersten mal Mitten in der story quest irgendwie abbrechen Einfach viel zu viel text und das war einfach anstrengend und nervig Aber man da zieht sich nach kampf aus außer die ignorieren mich ja alle So gott man da kommt schon der nächste boss Richtig ignorieren Also hier ist schon besser naja sehen wir uns wieder mal ein paar kämpfe zwischendurch Bei den genshin impact steht sie auch manchmal wirklich nur drei vier stunden lang Und macht es einfach nur dialoge die ganze zeit da frustriert mich voll Sende ist und sie hat auch eine menge cut-diensten aber die cut-diensten wesens unterhaltsam Weil sie so gut animiert sind und so Und da kommt sie in genshin impact Muss die ganze zeit peinemann zu hören so ich frage ich was hier passiert ist Da kommt ein hauptcharakter mit dialog optionen so ich frage ich was hier passiert ist welcher auch voll absolut haben böse So frustriert man Man kann ja da wenigstens eine etwas bessere balance finde ich ja Tun sie nicht irgendwie so viele katze die ganze zeit machen Ich weiß nicht warum haben sie schon ihren konnte eingesetzt habe ich bevor sie angegelt Ich bin gespannt wie hier die nächste Conquest von oder ich schon ein quest von genshin impact aussehen wir Wir haben ja als letztens ein nettlein raus gemacht hier den neuen kontinent Ich will da nicht wissen wie lange das ist und Wie frustrierend dass da wieder sein wird Ich wollte eigentlich morgens streamen aber habe ich dann doch irgendwie abgebrochen weil ich irgendwie weiß nicht Weil wie gesagt ich glaube wir sind ja schon fast vorbei mit Wir sind ja fast fertig mit der story von hongkai starrel in diesen gebieten hier Deswegen wollte ich dann erstmal jetzt zu ende bringen Dann irgendwann nächste woche streamen Mich nicht wieder jetzt überfordern hier meine stimme zu schrotten Geht nach dem plan ist irgendwo was zum heilen Sonst nicht die kamera ändern und solltet Da oben ist natürlich lieber ich gebe ich die behalten irgendwo ja was geht Kann man sich nämlich hier an diesen an diesen dinge hat in so checkpoints wo man sich hier hin teleportieren kann Ne da aus dem weg aus dem weg Aus dem weg Hongkai hat schon so einen besseren So einen besseren So eine bessere balance irgendwie ja finde ich hier ist auch unglaublich viel text und manchmal denkt man sich auch so Viel zu viel dialog in er war Um lenken besser als ein genshin Ja bisher war ich mal nur stunden am sitzen Muss irgendwelche random npcs auch noch Also sache der Genshin stört die spiele gehen gar nicht um die hauptcharaktere Der körper erkenntnis zum schlacht wird geworden der gefängniswärter versuchen die gefängniswärter versuchen irgendwas Hula ist am ranadieren Mein erster jetzt auch wieder mit katz ihn aber zwischendurch hat sie wesen sind über zu tun Ich muss aufhören immer auf den effektor rein zu sprechen als war ich das einzige mihojo spiel wo ich Ein bisschen geld rein investieren ich mache nichts anderes als auf der drein zu trashen Ich habe ein problem Marien fertig Ich dachte er wird die ganze zeit nur so tun als wäre er gefangen genommen Man scheint ist echt gefangen Jungen Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ja nicht so, dass ich das hier nicht mehr so mache. Ich muss nicht mehr so, dass ich hier auf die Begründung verleihen werde. Ich muss auch nicht mehr so, dass ich das hier nicht mehr so mache. Nein, mach was, Kollege. Das ist eine Begründung. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Wert. also mache ich eine gute so weit sie irgendwie so eine riesige suppe machen treffen wieder story konnte man die companion müssen glaube ich spielen die sind einfach irgendwann verschwunden ja 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 Das ist eine gute Zeit, um euch zu retten. Ich bin aber nicht auf Deutsch, bevor ich losgekommen. Ich bin aber nicht auf Deutsch, als ich auf Deutsch bin. Ich bin aber nicht auf Deutsch. Ich bin so direkt in der Tat auf die Tat, dass ich mich hier ein Stück geboren habe. Und ich bin so direkt an. Ich bin so direkt in der Tat. Ich bin so direkt aus der Tat. Wobei das du dir so anagieren? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, wow Ich da umgedreht, wenn ich da ein muss Ich kann nicht vorbei, weil es geht mir hier liegen Aber von wo bin ich gekommen Erfahrungspunkte So, lass ich mal hier kurz rumlaufen Zack Jetzt konnte ich mal das an Hochstufen Er hat 7.526 7.948 Also fast 500 Erfahrungspunkte Und so glaube ich manchmal hier so durch die Gegend Und töte einige Gegner Um so ein bisschen gratis Erfahrungspunkte zu sammeln Und ja, wenn man das hier Um die ganze Welt macht In allen Gebieten Die man freigeschaltet hat Dann kommt man so auf ungefähr Ich glaube 12.000 120.000 Erfahrungspunkte Dann habe ich noch einmal gemacht Wird über 2 Stunden gedauert hat Aber hey Für gratis Erfahrungspunkte Ist das nicht schlecht Da sind wir noch besser als den Genschen Impact Schon wieder auf Genschen Aber um Trashen Ja, aber ganz ehrlich Genschen Impact Da brauchst du noch mehr Erfahrungspunkte Um einen Charakter hochzuleveln Da brauchst du irgendwie so 400.000 Erfahrungspunkte ab Level 70 Oder so Wissen wir wie viele Erfahrungspunkte Ein Gegner in Genschen Impact gibt 20 20 Ich habe gerade einen Gegner erledigt 400 Punkte Wie gesagt 120.000 Erfahrungspunkte Kann man pro Tag Theoretisch abkassieren In Genschen Impact Du erlegst eine Eine Gegnergruppe Aus mehreren Gegner Also 4, 5 Gegner Wie viele Erfahrungspunkte kriegst du 100 Toll Boa noch Du brauchst ungefähr 400.000 Erfahrungspunkte Um ein Charakter hochzulevel Auf höheren Level Das ist voll unverschämend Man Letztens haben sie eine neue Weltstufe Hinzugefügt mit dem neuesten Update Oh, ich hatte die Kappe Cut sehen Da müssen wir ja pflichten Jetzt Okay Mythos Also Hm. Okay. nach einem kurzen aber fairer kommunikationsverlust wurde der kicker kennen erneut unter kontrolle gebracht man somit hauten aber der gesamte von jahr schwingen wurde als geisel genommen währenddessen konnte hole der kriegshäupt wegen der boris in aus seinen langen gefangenschaften eine zelle ausbrechen und spurlos verschwinden ja ich war da ich habe so entspannende verfolgen zuerst steht bevor jäger und gejagte müssen sich ob der jean joe lufu so wie am ende das ende der quest ok zwischen pause ja jetzt muss ich aber ein bisschen was neues kommt ja ich würde ihr quest und soweit alles bekommen weil ich hier wieder weiter bin der hex club aber das ist ein bisschen halten dass ja von diesem tru und habe ich die bekommen dann ist gespielt da sind diese rätsel ja ja weiß ich nicht weiß ich weiß ich ehrlich gesagt nicht aber verdammt relativ chillig ist noch irgendwelche fragen nicht genug weil der jetzt belohnung sie werden euch bisherige spieler abspringen können wir ok ich weiß dass du viele fragen hast nicht wirklich ich sagst du ja drei hexplätze gefunden ich kontaktiere ich wieder wenn du sechs gesammelt hast danke alles klar so keine neue mission irgendwie sowas hier da sind wir ja eigentlich fertig wenn man eine halbe stunde ungefähr mein gott ok ich meine wir sind ja fertig ich nehme an irgendwo sind vielleicht einige quests aufgetaucht kommen dazu im gefängnis ich habe da aber noch nicht alles eingesackt oder sondern ich noch ein paar trocken ich meine kann ich nur auf screen alle suchen ist jetzt nicht das problem aber wo man jetzt die spitze ja werde ich auf screen alles einsamen na gut dann muss ich mir noch eine halbe stunde ja was einfallen lassen wir können aber ihn testen wir haben ja einmal gespielt aber wir haben ihn noch nicht so getestet machen wir das einmal ne ich werde nicht für ihn pullen deswegen für gegner verschiedene weise stapelbare anfälligkeit zu und er ist nichtigkeit aktiviert ein feld und gegner von ihnen lebenden ultimativen schadenzeugen mit mehreren speziell ok erst nichtigkeit also ist eigentlich geneifen nur mit fünf sterne gegen nach feuerschauen zu und ich meine musik ich muss dann eigentlich nicht lernen weil ich den sowieso nicht pullen werde ich weiß was ich die nächste halbe stelle noch machen kann weil ich sowieso mal irgendwann schon mal machen da ich habe mittendrin ja dieses projekt angefangen habe anstatt von anfang an super naja ich weiß was dann ruhig mal ist ich weiß genau was ich noch ihr nächste halbe stelle mache und zwar werdet ihr leicht sehen ich habe mich gerade noch machen mein körper schränke und zwar gott aber hat gemacht ich meine wir haben ihn ja schon gespielt naja ist das nicht wichtig sparkler haben wir ja schon dann soll ich sie mindestens jetzt gepullt so dann zeige ich euch mal die ballzeit überhaupt geht noch ich sage euch mal die früheren boss in dieser in diesem spiel die story boss die man bekämpfen konnte ich glaube ich hoffe ich kann noch gegen die kämpfen auch man kann immer nur belohnungen für die abholen dreimal pro woche aber ich werde sie auch nicht bekämpfen können trotzdem habe ich keine belohung bekommen soll da gehen wir mal da rein nehmen uns irgendein team also was für den wenn die mädels reichen und zwar hier war der erste boss hier war der erste story boss des spiels das war so ich glaube so nachdem nach der ersten halben stunde oder so ne so ich kann trotzdem gegen die kämpfe dann sage ich euch mal den ersten boss des spiels auf der hertha space station war mir schon mal weil nicht wir sind jetzt hier dass ihr erstens der der diese weltraum station angegriffen hat wurde spiel begonnen hat ich finde sowieso die unvorgespulten animation sind voll langsam ich weiß nicht wieso so zu dem zeitpunkt konnte man glaube ich noch gar nicht die gacha spielen deswegen hatte man irgendwie eine vorbestimmte deswegen hat man irgendwie eine vorgegeben ich tue mal vorspulen und dort hat er viel zu lange noch mal ganz ich werde ich auch kein heiler ich habe fuß waren welcher heilen kann aber jetzt nicht eine optimale heilerin ist noch mal da der was ist ehrlich gesagt relativ still ich er war noch nie schwer ist auch der erste boss zu spiel jetzt also die idee von dem ist ja der hat drei dinge erne wert arme und dieses dinge in der mitte und man muss sozusagen die alle kaputt hauen was eigentlich kein problem sein sollte ich habe das ding ich habe verkannte für das war die einsetzen um zu heilen und ich habe keinen heiler ja und ja das ding ist sozusagen hier aufgetaucht hat die weltraumstation angegriffen und unser hauptcharakter nachdem wir das ding besiegt haben hat hat das ding in sich absorbiert also das ist sozusagen das stellen dass hier unseren hauptcharakter zu sonnen zum stellen gemacht hat unser hauptcharakter hat dieses dinge absorbiert weil er irgendwie diese kraft hat hier ist zeller und sagt absorbieren diese monster die auf den ganzen planeten ja auftauchen und die zerstören wollen also so hat er dir alles mit begonnen sozusagen wo man das gesicht geht bitte nicht die ganze zeit auf silberwolf ein bisschen schwach auf der brust wir sind stark genug fährt so jetzt kann ich nur ein ich kann die beiden anlaufen so ist eine neue linke hand der typ hat zwei phasen übrigens das ding ist aktiv naja ich sehe von mir aus nicht und sagt so als haben wir alle teile von den kaputt gemacht und jetzt hat er ja diesen kern offen ist in der müssen wir immer wieder angreifen bis der auch kaputt geht dann kann man nur normal angreifen hat hält unendlich bis das ding kaputt ist deswegen kann man sich so viel zeit lassen wie möglich und dann geht er in der zweiten phase war und da ist der deutschmaterial angriff der fast silberwolf getötet hätte ich hätte nicht ohne heile reingeben sollen und es so lebensgefährlich ok sie macht hier was den ja es war ja noch easy und sage ich nur drei dinge und mann und er sei ich habe gedacht ich zeig mal die bosse damit er immer gesehen habt bonbon er ist doch einfach genug aber einige andere was haben schon ein bisschen mehr in sicht deswegen muss man sich da schon etwas besseres team wir aussuchen wir holen und eigentlich nur die charakter 14 die er nach gar nicht vorne sind so jetzt kommt gleich wieder mit seiner ultimate sowieso ist angekommen aber egal er kann jetzt mit dem weh tun glaube ich aber ist schon in ordnung glaube ich fuhrschwanz schild ist aktiv hier wird schon ein bisschen schaden die absolviert und ja wir haben gegen das ding gekämpft man hat glaube ich man konnte glaube ich himeco spielen auch wenn man sie nicht hatte so als test charakter nachdem man natürlich erlebt hat kommt sozusagen welt und rettet den tag und wir tun einmal wie der hauptcharakter hier welche irgendwie der hauptcharakter wurde irgendwie angegriffen von dem ding am ende hat irgendwie so voll ins strahl irgendwie getankt und war irgendwie kurz davor durchzuregen aber dann kam welt zum ersten mal an seinen ersten auftreten im spiel und hat dem sozusagen mit seinen mit seinen stock einmal kurz gebombt und der hauptcharakter hat sich wieder beruhigt da war der erste was ganz normal angreifen der bleibt unendlich in diesem modus bis man den kaputt haut normalerweise wird man jetzt hier belohnungen bekommen aber ich habe schon drei mal meine boss kämpfe heute in dieser woche gemacht heute diese woche deswegen kriege ich nicht mehr da kriegst du normalerweise irgendwie hier so ein paar goldene relikte und so ein paar punkte die du für für lichtkegel ausgeben kannst und so aber ja das war der erste boss wir müssen eigentlich noch ein paar hier schaffen sondern zeige ich euch den zweiten boss und zwar ist das hier sie hier das war sozusagen die die herrscherin von von diesem planeten ja von von jahre los 6 die ein bisschen krupp war jetzt ist das jetzt ist es braun ja dann ist hier diese diese eine lady hier die wir schon mal gesehen haben sie ja sie war am anfang der story noch eine ich glaube eine generalin oder irgendwie so sieht man das noch hier nachfolge in der obersten welchen von beller bock war schon immer und dann wird aktualisiert da hat das mit der 1 12 das genau zu bieten da sieht man übrigens weil ich angefangen habe zu spielen 26 24 23 ja sie war irgendwie ich glaube eine untergebene von coco ja was hier ich weiß nicht ob man die irgendwie noch sehen kann die hat noch mal ihren eigenen eintrag irgendwo in der story weil dies noch mal ein extra boss irgendwo und eigentlich hier und der gegner feindliche geschöpfe jahre los 6 bestät hier ja das kochola und die war die die wächterin von beller bock und herrscherin über die im emporragende stadelle von beller bock also da kochila eine wächterin ist hat sie göttliche kräfte gab dank denen sie völlige kontroll über das eis hat und ihr gegner im kampf einführen kann genau und immer auch wieder ein stellar und die hat irgendwie glaube ich ein stellar und in sich absorbiert und hat sich dann in was anderes verwandelt und gegen das kämpfer gerade da muss man es kämpfen und ich bin ganz sicher was für ein team hier hat nehmen wir dafür irgendwas eigentlich nicht ich will sie nicht so schnell erledigen aus speziellen gründen ich war definitiv ein heiler dieses mal das team bedankt schon reichen glaube ich so gut und zwar unser charakter haben gegen die gekämpft und da war irgendwie dieser wieder riesige kloss der mit der erweckt wurde von unseren hauptcharakter oder ich glaube von unseren hauptcharakter und dann ist irgendwie sowas ähnliches passiert wie in pinaconi wo wir irgendwie neuen pfad freigeschaltet haben man hat irgendwie mitten im kampf neuen pfad freigeschaltet für den hauptcharakter wurde dann hier keine ahnung der hat dann irgendwie so eins von diesen eons gesehen und hat dann hier diesen diese diese feuerform bekommen diese feuerlanzen form und mit der muss man dann gegen sie kämpfen werde ich jetzt aber nicht benutzen weil ich keinen bock kaputt zu ändern und ja das lied hier ist sehr interessant dass sie mit da und abgespielt wird ich muss euch bekannt vorkommen da jetzt noch nicht aber später so ich glaube dass ich glaube da ist so da war sozusagen glaube ich der erste haltepunkt in diesem spiel wo das spiel sozusagen zum ersten mal aufgehört hat glaube ich oder ich weiß nicht ich dachte nicht schon ich glaube danach ging schon weiter ich glaube man konnte am anfang denn als das spiel rausgekommen ist nur zwei paläten spielen also was diese weltraumstation war wo wir gerade waren und hier aber ich bin mir nicht sicher vielleicht auch schon weiter aber ich weiß es nicht mehr ich war jetzt schon weiter nach ja weil das ist sozusagen so der erste punkt an den leute sich gedacht haben ja das spiel ist awesome da war sozusagen so der erste momente nehmen die an dem jeder spieler sich gedacht hat soll ja das spiel ist awesome nachdem wir diesen punkt erreicht haben und die cutscenes ist das jetzt nicht so ist das jetzt nicht so spektakulär das ist sozusagen der alon park hier von von hong kai star sowie für one piece keine ahnung beim alon park das meistens immer nur so im moment wo die leute irgendwie gehuckt werden für one piece und das ist irgendwie so dieser moment hier so jetzt haben wir nämlich hier ist noch als ich diesen riesen aktier erwähnt habe ich dachte man eine faust aus stahl ins gesicht da ist doch wie dieser zug in pinna kuni als man ging sonntag gegen gekämpft hat das irgendwie so eine hilfsaktion die man aktivieren kann ist doch ein bisschen schwierig mit so einem team aber schon okay also was ich machen müsste ich müsste glaube ich ich müsste ich müsste glaube ich irgendwie julie als meister er machen weil immer kommt märz nämlich ja auch in die hilfe als element was wir durchbrechen können ich glaube ich besser weil sie hat keine physische schwäche oder elektro elektro bin jetzt ein bisschen so machen wir dich mal als meister damit sie jetzt auch die elektro bekommt sie kann und damit sie schneller wird sagen jetzt kommt der moment wo sich alle eigentlich waren das spät awesome jetzt möchte ich möchte euch jetzt ja eigentlich vor mir bekannt vorkommen ich möchte euch mal irgendwie so let's play von anderen leuten angucken als sie diesen punkt erreicht einmal alle sind durchgedreht sind voll gehypt worden da hat man nicht so gut naja die musik kann man die musik hier steht immer noch gänse aus jedes mal wenn ich das lied hör da sage ich das geilste lied im spiel und das lied fängt auch erst an wenn sie ihre ultimate in ihrer zweiten phase zum erst mal einsetzt nicht vorher und nicht und nicht später immer genau wenn sie ihre ultimate einsetzt dann über der teil so ein geist lieb da ist der zweite boss das spiel ist der zweite story boss das spiel ist man spielt dieses spiel und dieses lied kick zum ersten mal rein man denkt sich nur so man muss sich vorstellen damals war der kampf noch viel schwieriger ich gehe jetzt hier mit maximum level ein und also was näher war damals aber damals war das spiel natürlich noch schwieriger ich gehe jetzt dann jetzt ich gehe jetzt ich gehe jetzt ich gehe jetzt jetzt und da war sozusagen so im moment an dem sich alle gedacht haben so spiel ist auch so es hat lieb zum ersten mal gekickt wurde eingekickt wurde während des kampfes während man gegen diesen gegen diesen boss gekämpft hat während dieses riesige metall ding eingeholfen hat dieser metall roboter wenn man irgendwie mit einem charakter neuen fahrt freigeschaltet damit seine lanze gekämpft hat richtig geil cut sehen und so was alles noch zwei bosse so jetzt gehen wir mal hier zu dem weltboss der damals auf der jan euro fuhr war und zwar das ist glaube ich die eminatoren von des überflusses oder so ne so hier hier was sie hier war sozusagen das finale von diesem planeten und also wir sind ja immer noch auf dem planeten war vorhin waren und da war ich das letzte mal schon gesagt dann hat hier die see gespaltet und dann ist dann hier das weil nicht noch mal war ich es mir schon ist schon lange her und ja ganz am ende haben wir hier gegen folgende gekämpft so jetzt muss ich mal noch mal überlegen ich glaube ich hatte mir mal extra ein team für sie ich würde gerne elektro wind imaginär dafür nehmen wir elektro eminatoren gegen eminatoren elektro wind dann immer ihn und imaginär kann manchmal welt nehmen warum nicht mehr und dann irgendjemanden zum heißt auch bello ist eigentlich für eine ordnung naja warte mal ich brauche ich brauche ich brauche hoho weil die benutzt so einen blöden zustandsveränderung die richtig nervig ist ja mal den dritten boss und sie war sozusagen diejenige die team hier also die seine fuchs lady die gestorben ist kontrolliert hat und irgendwann gedacht hat ja ich übernehme jetzt mal den planeten ja ne sagt man die ultimate sie war auch mal sehr viel schwieriger aber mittlerweile ist ja auch sehr viel einfacher weil ich viel besser charaktere und viel bessere möglichkeiten ab und ja wir müssen ja wusste angreifen stellt keine fragen so ich habe zwei elektrik charakter ist ja noch besser so blade jetzt auch eine andere lichtkegel ausgerüstet so wir nehmen trotzdem eine menge schaden ja noch aber ist okay so sie hat so einen blöden effekt hat irgendwie skill punkt die er klauen kann was super nervig war damals hat schon mal nicht ein ding zu bekommen so ich mache ich den kampf schaffe er mit dieser konstellation so hat schon von bank bank ein reisert für schaden diese dinge da erledigt dann verlebt sie ein ding so wir haben ja auch wieder so eine aktion wie mit dem roboter vorhin und zwar war dann hang hier in sie ja in der seite drachenform und wenn man aktiviert dann passiert folgendes da hilft dass nämlich hier im kampf ja ich hätte eigentlich einsetzen sollen wenn diese blüten noch da waren da wäre ein bisschen besser gewesen egal ich dachte immer sie werden wie ein aeon oder irgendwie sowas also diese diese götter in diesem spiel aber sie ist auch wie so was wie die hat schon so eine repräsentation von einem fahrt die ausgewählt worden sind von einem aeon irgendwie sowas das ist die erste phase warum sie hat so weit richtiges final fans die mäßiges an sich ne so wie sie irgendwie so planeten irgendwie um uns wirft und sowas ne ja so und jetzt hat sie so einen blöden effekt wo sie die hp von charakterin halbiert weil sie super nervig ist und auch super gefährlich ich weiß nicht ob ich den kampf erschaffe mit diesem team haben wir haben genau sie tut irgendwie die sachen entfernen ein problem ist vielleicht setzt die ganze zeit seine angefallen um seine art zu haben wir und so da kann es keine punkte klauen wenn ich kann ab ne okay wenn er ein bisschen viel schaden ja gleich schafft man gar nicht mit diesem team die ganze zeit zu schnell dran aber sie ist auch einer der bosse wie ich eine sehr lange zeit lang sehr schwierig fand aber bis jetzt geht's noch ja ja so bei david aber es hat sich doch sowieso schon die häfte mal abgezogen hat er entfernt sehr gut ich komme gar nicht dazu mit ab schon ihren skill 1 ich brauche die heilung ok leute hör auf aber nächster phase letzte phase glaube ich die schwächste schon lange gegen die gekämpft habe ich brauche nämlich in der zeit keine materialien von ihr ja 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 der eine typ hier mit dem wir die ganze zeit hier am chillen sind der hat uns auch geholfen in dem kampf irgendwann kam sozusagen am ende hat hat den ding irgendwie mit seinen zusammen irgendwie der letzten treffer abgegeben ich glaube schon ist tot war ja aber Marshavion kam ganz am ende noch hat sein susan und wie ein gesetz und ja der hat woher werde ich eine susan und hat sozusagen sie dann noch am ende fertig gemacht der jetzt noch gut deswegen tue ich mache ich weiß warum keine heilung aber wenn sie heilung auf gegner einsetzt auf karakter einsetzt dann tut sie sozusagen die auf dauer heilen und dann fährt irgendwie diesen effekt hier von den von dieser ich ziehe die hälfte europa krankheit die sie ja macht danach der fonds also manchen der tasche haben den kampf ja ja wenn man die dinger legt dann gehen die kurz in der ruhephase hat man gesehen ich habe keine skill punkte also der erste boss der so ein bisschen knifflig war wenn man ja um vorbereitet reingeht und da wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern wie ich wir werden immer schwieriger sorgfühlen obwohl sonntag ist jetzt im moment auch vollständig in meinem super team hier mit mit hier den hauptcharakter in seiner hutform mit 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 galaga mit und glühbämpchen mein gott dieser namen nicht eingefallen da schwer damals so heißt so heißt die fähigkeit wir haben die letzten sogar geredet so da war der dritte boss so ich glaube wir haben noch ein boss übrig machen wir auch noch einmal habe ich euch mal alle boss hier gezeigt in diesem spiel die zuvor kamen das nicht hat genau jetzt ist eigentlich nur dafür ich dafür ich war irgendwie nicht teil der haupt story sondern auch irgendwie so ähnlich wie was wir jetzt hier gerade machen da gab es irgendwie so eine so eine name story hier in der hertha space station und da hat man zum ersten mal getroffen welche hier welche direkt ins team einpacken für dafür ich habe ich aber ein team da weiß ich genau und zwar genau das team ja noch jungen die einnehmen aber wird sie mal ein bisschen mehr härter und klarer action da ist nämlich die quest wo sie zum ersten mal aufgetaucht ist und sie wird uns vorgestellt und da hat man irgendwie ja in der hertha space station ja diesen diese neue zone irgendwie ja freigeschalten so warte mal vorher war nämlich alles dat hier freigeschaltet aber dann kamen mehr irgendwann und die hat sich um einige sachen gekümmert und gesagt so hier ist so eine geheime zone und da sollte man hin und die hat diese dieser boss sozusagen versteckt der sozusagen verantwortlich war für einige sachen die ja down gegangen sind und gegen den kämpfen wir jetzt weil der ist auch nicht schlecht und sehr nervig wenn man nicht mehr richtigen der richtige team hat es war das ding so das team ist eigentlich müsste perfekt sein hierfür ich bin ich irre da sollte eigentlich kein problem seiten so das ding ist auch voll nervig zu bekämpfen werde gleich sehen warum aber aber jetzt wird er so ein schild aktivieren und die erst mal wenn man den angreift wenn der ein schild hat tut der verstärkung rufen die form von diesen kleinen mini viechern ja ne man könnte meinen dass wir ehrlich gesagt schlimm aber ich finde ehrlich gesagt das ist dann ist ehrlich gesagt besser wenn man natürlich angreift weiter leicht sehen warum da war jetzt mal wenn man so ein ding erledigt dann explodieren die und machen alle gegnern schaden und schon die glaube ich stopp die verteidigung reduzieren deswegen wenn man die so oft wie möglich ehrlich gesagt erledigen so ein hertha ist ja super gut weil jetzt mal wenn man einen kampf hat wo hertha irgendwie wo viele gegner spawnen dann ist hertha immer super wie sie greift jedes mal alle gegner an wenn ein gegner der unter 50 prozent hp hat hier er zum beispiel unter 50 prozent fast wenn man ein gegner zum ersten mal angreift wenn man einen bestimmten gegner zum ersten mal angreift wenn der unter unter 50 prozent hat dann kommt dann kommt hertha sieht man da oben links schon in der leiste wie sie aufgetaucht ist das macht den ja so bleibt alle gegner einmal kurz an das ist super gut in kämpfen wo man gegen mehrere gegner kämpft da und jetzt wieder vollgang ab wo wir beworben ja jetzt werden alle gegner erledigt explosion und noch eine explosion die gegner spawnen immer erst bevor die gegen explodieren sondern das ding tut sogar sein schild jetzt gleich seine ausdauer verlieren was super gut ist weil dann nimmt das ding noch mal schaden wenn das ding in seinen schild gerade war das ding war so viel schwieriger früher ich glaube ich hatte eine hand ich habe mir diesen kampen sehr viel einfacher gemacht früher war dieser kam so schwierig kann man gar nicht vorstellen wie viele probleme ich hier mit zweite phase wie es ehrlich gesagt nicht so viel schwieriger die zweitphase der einzige unterschied ist jetzt der macht jetzt eine ultimate und jedes mal wenn ich das ding angreifen werden das ist ein schilder tut er jetzt zwei anstatt einen von diesem insekten sporn was auf den ersten blick jetzt ein bisschen nervig ist aber wie gesagt wenn man die alle erledigt ist das kein problem einzigemart gefährlich ist es die ultimate von dem dingen obwohl ich mich jetzt ein bisschen warten muss gerade weil rum ist fast tot aber ist okay weil hau kommt jetzt leicht dran ganz gut sich die ganze auf die gehen ja jetzt kann man sie erst mal hoch ein damit hier nicht dann dürfte da ist ja in sicherheit sein da es war explodiert ja ich spreche mal jetzt kommt er mit seiner ultimate genau gut hat die explosion hier diesen schild aktiviert ja da gibt es ein bisschen weh aber wenn man vor der pia ist hat kein blick aber mein gott mehr kommt dran du kommst jetzt dran wenn er nicht jetzt härter angeheizt ist also ok man ok ich liebe auch nicht schlecht in diesem team weil ich gesagt in diesem kampf in ihren konter so das ding ist wieder kurz davor sein konto einzusetzen aber ich warte oder den kurz davor ist wieder sein schild aktivieren wenn man den wenn man die ausdauer also diesen weißen balken über die ap reduziert während er in diesem schild ist dann nimmt er deftig viel schaden hat man ja gerade schon gesehen deswegen will ich dass wir jetzt kaputt machen von außerdem satz ja nicht sein ultimate ein was natürlich ein bonus ist sagen jetzt mal wenn so ein viech ex studiert dann reagiert hat die verteidigung von der wegen das heißt man muss ehrlich gesagt die ganzen füge erledigen um sich den kampf einfach zu machen sagen jetzt haben wir auch mit dem kauf aber wir haben es eigentlich schon ja 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 das haben wir da kam mal der kampf war so viel schwieriger mal kann ich gar nicht erzählen ja warum mich noch gebrochen hat sechs prozent kein problem und er hat nur zwei phasen und da ist er gleich weg nur zur sicherheit jetzt ein hammer aus stahl er hat überlebt aber dafür wirst du auch nicht mal eben ja warum nein er lebt noch nach welchen einer ein prozent jetzt aber auch noch natürlich der mal ein kleines musikchen trillern immer noch da wo dann auch hier im rakete ins gesicht da wollte er sagen und das war der nächste boss so und sonntag haben wir natürlich schon gesehen da muss ich nicht noch mal bekämpfen also jetzt haben wir alle das normale weltboss hier gesehen alle alle bosse die meiner story vorkamen haben wir das mal eingeholt und ja ich weiß nicht mehr so story mit was hier noch passiert ist nachdem natürlich erledigt wurde ich weiß nur rum ist ja eingekommen und das ding war irgendwie so irgendwie an der decke da oben und die hat sich gedacht so da ist also da ist ja gerade passiert da muss man gegen das kämpfen und wir zu verhindern hat die alles drunter und drüber geht auf der weltraumstation irgendwann zeige ich euch noch mal das simulierte universum das ist hier in hertha's büro haben wir zweimal härter dieses bild ist ehrlich gesagt nicht so ungewöhnlich weil hertha ist eine marionette naja sieht man ja den ganzen gliedern und die echte härter man kann ja ehrlich gesagt ein bisschen nachlesen hier von einigen mitgliedern der 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 genius society da ist zum beispiel scroller mir jetzt dieser roboter dem amma schon gesehen haben wir sind irgendwie noch andere leute ich weiß nicht ob man ich glaube einige von denen sind schon tot ich glaube er ist irgendwie der gründer aber ich glaube er schon langs tot ich glaube er ist auch schon tot da gibt es noch andere sender polka hier mal härter sie ist irgendwie sie ist auch ein mitglied von dieser organisation und die sache mit hertha ist sie ist irgendwie die leiterin von dieser weltraumstation aber diese härter die war gerade gesehen haben und die härter die wir die wir hier sehen sind zwei verschiedene dann gibt es glaube ich noch mal eine dann gibt es glaube ich noch mal eine hier also irgendwo auf dieser weltraumstation glaube ich ist die echte härter aber die hat irgendwie nur die tut sozusagen diese puppen ja benutzen um sich hier herum zu bewegen also die sind alles so puppen in denen sie sich so einklinken kann ja auch ständig meine marie nennt man zu schauen der anblick deiner nase möchte jetzt nicht sonderlicher freundlich nichts besseres zu tun als gehen probieren universum simulation aus und herauf mit ein stellar und körper in der station darum zu erlaubt man wird doch ich überall den betten kratzen müssen dann wäre das ding explodiert genau sie war sie ist irgendwie fasziniert mit unseren hauptkarakter weil wir dieses stellar und in uns haben vielleicht einen anderen dialog auslösen sagt was willst du dann gehen wir aus den augen sieht aus das brotts beschäftigen wie weißt wenn du mal ein klein experiment um die hand geht vielleicht einen anderen dialog auslösen normalerweise löst sie mal so ein dialog aus dem sinne von da die marionette zeigt keine reaktion scheint als wäre härter noch nicht online genau weil die echte härter hat man noch nie gesehen in diesem spiel und jeder wundert sich wie sie aussieht also auch jeder in der in der fangemeinde fragt sich wie sie wirklichkeit aussieht weil so wie ich da verstanden habe soll sie hier sie wie war noch mal also diese härter soll irgendwie so 90 prozent oder 80 prozent irgendwie so dementsprechend wie härter in ihrer jugend ausgesehen hat was irgendwie darauf hin deutet dass härter schon ein bisschen älter ist also schon ein bisschen reifere person deswegen frage ich mich auch irgendwann sie auch irgendwann mal ein spielbar charakter wird das wäre nämlich super aber ich mag härter man kann ich weiter dann den riesigen hammer sie ist voll unfreundlich ich mag sie deswegen hoffe ich sie wird irgendwann mal so als fünf sterne charakter auftauchen in ihrer echten form so ich stelle mir sie so ein bisschen wie rune mail vor so ne so vom designer deswegen weil nicht ich hoffe sie wird irgendwann auch mal spielbar so aber gut jetzt habe ich meine stunde gefüllt und ich würde sagen beim nächsten mal sehen wir uns dann wenn es hier weitergeht mit der story ich muss natürlich jetzt erst mal warten bis hier wieder die story weitergeht ich weiß nicht wann da zeigen werde ich mir datieren zehn tagen sein wenn die gacha ja vorbei ist weil ich glaube dann ist wieder die nächste aber die erste phase der gacha ja die erste phase war junglin was bedeutet wir sind ja schon in der zweiten phase was bedeutet ich muss erst mal warten bis das spiel aktualisiert wird glaube ich ich weiß nicht ob dann die story schon direkt weitergeht man sollte aber eigentlich näher aber das sind das bedeutet erstmal ich muss wieder so zwei wochen warten aber okay erst mal haben wir erst mal da ein haken drum gemacht bin ich gut soll jetzt der express übrigens sieht man immer von außen cool und ja dann sehen wir uns wann auch immer es hier weiter geht in hong kai star wird nicht so lange dauern sollten gut dann sage ich danke für zuschauer ich hoffe ich hatte sofort gefallen wenn ihr ein tag hat ein like ein abo oder ein kommentar das würde mich verfreien dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschau